Manche Tage habe ich, bin ich ganz ehrlich, da könnte ich heulen, weil ich allein bin, ja. Ich hatte schon eine Dame da, die hatte mir ganz klipp und klar gesagt, so können sie nicht leben. Mit dem musst du leben, das ist halt so. Ja, ich bin schon ein bisschen anders als der normale Mensch, ja, doch. Aber ich versuche halt immer, dass ich andere nicht auf den Geist gehe. Achtung. Und dann habe ich angefangen zu sammeln. Und das mache ich jetzt schon 40 oder 45 Jahre. Wenn ich das aufmache, finde ich jetzt absolut kacke. Aber die Schale hat mir gefallen. die Schale hat mir auch mit dem Moombringst Virg嘴 da. Und, also,